und damit herzlich willkommen zurück hier zu resident evil village so ich gucke noch mal ganz kurz hier rein was das können wir noch kaufen die haben wir verkauft das ist ja die lehme die brauchen man nicht was ist denn das so können wir eigentlich warum können wir eigentlich so wenn es euch gefällt lasst gern eine positive positive bewertung da abonniert den kanal am nächsten zu verpassen schreibt mir das kommentar um mich zu unterstützen würde mich auf jeden fall sehr freuen die wasser passen hat der hier er passt nicht zu diesem schluss auch nicht haben wir noch anscheinend noch nicht so hier gibt es auch nichts mehr hier waren wir doch aber auch schon müsste ich auch gerne wissen wir haben jetzt mal acht kugeln kann man hier rein gut dann stellen wir mal den da drauf jetzt geht's go um Okay, wer zum Geier baut sowas bitte? Der hat gerade mal acht Kugeln, ne? Die Ländgeschoss, die haben ja noch ein Explosivgeschoss. Boah, in der Fabrik geht es jetzt auch richtig zur Sache. Ei, 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 ei. Ja. Welcher Resident Evil Teil ist denn euer Liebst, ne? Schreibt es dann gerne in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Ich meine, Resident 2 Remake und 3 war auch schon geil, ne? Die habe ich ja nicht gespielt. Ich muss aber sagen, jetzt vom Vergleich her von Resident Evil 7, also Resident Evil 8 ist ja die Fortsetzung von Resident Evil 7, muss ich halt echt... Ich muss einfach, ich muss sagen, Resi 7 war viel gruseliger. Vor allem da im Keller und im Haus und so. Das war, das war schon krass. Oh, das ist... Ethan Winters, willkommen. Ethan Winters. Was Donner und Mo bezwungen, Respekt. Habt in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Mhm. Mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Fall. Natürlich, nein. Okay, wo geht es jetzt dann? Hier oder hier? Es ist... Es ist keine Falle, natürlich, nein. Wir haben Schießpulver. Können wir irgendwas herstellen? Ich glaube, hier ist die Fremdenmonie echt ganz gut. Und dann... Untersuchen wir das Ganze mal. Was ist das? Mia? Wahrheit zu reden? Gib zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal. Du... Du verstehst das falsch. Verdammt, ich rede. Letzte Warnung, Penner. Bitte verzeih. Setz dich. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe. Und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich. Nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran. Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das risikowier ich ein. Dein Kram. Ähm. Ähm. Ja. Ach, du. Scheiße. Okay. Wir sollten rennen. Oh, fuck. Ich glaube, gegen... Ich glaube, gegen den haben wir noch... Haben wir... Geh doch da durch. Ach, du grüne Neuner. Okay, dann hier. Genau, Ethan. Scheiß drauf. Alter. Okay, wir sind irgendwo in der Müllpresse oder so'n Scheiß. Oder nicht? Du, Ethan, ich will's gar nicht erst rausfinden, Bruder. Rostige Reste. Okay, hier. Dann hier lang. Gibt's da noch was? Metallreste? Hier ist noch... Hier ist noch... Hier ist noch leider. Aber ich guck mich hier mal um, ob wir hier noch vielleicht irgendwo was finden. Vielleicht gibt's hier ja Loot für uns. Rostige Reste. Ähm. Die Pistolenmonik können wir uns schon mal herstellen. So. Dann gehen wir mal hier hoch. Boah, ich glaube, hier wird's... Hier, das ist halt echt mit das Schwerste, ne? Also, wo ich das letztes Mal im Stream gespielt hab, äh... Könnt ihr mir gerne auf Twitch aufholfen. Hatte ich, äh... Am Ende irgendwo gar keine Muni mehr. Deswegen müssen wir jetzt die Muni ein bisschen hier einteilen. So. Nice. Das hat gut schon mal gut geklappt. Flüssige Chemikalie. Nochmal Pump-Muni. Flüssige Chemikalie. So. Können wir nochmal was herstellen. Nochmal Pump-Muni. Okay, wir müssen also wieder nach oben. Und... Was hat der denn hier rum experimentiert, Alter? Alter, oh... What the fuck? Oh mein Gott, guck... Guckt euch das mal an, wie viele das denn, ne? Die werden ja Massen produziert. Flüssige Chemikalie. Ach, guck mal einen an. Der kommt, der ist aber auch überall, ne? So. Tug ist, Tug ist echt überall. 50.000, ja komm. Wir können es uns ja leisten. Können wir eigentlich noch verkaufen. 8, 8, 8. Joa, komm. Werkstatt, aber die anderen. Jetzt können wir auch hier Feuer kaufen. Das können wir auch pimpen. Shit, wir haben kein Geld mehr. So, dann. Okay, wo geht's hier lang? Ah, warte mal. Wir müssen ja nach... Er hat ja gesagt, wir müssen nach oben. Aber ich würde... Ich würde, dass der Aufzug irgendwie keinen Strom hat, oder? War ja klar. Okay. Ja, super. Ich höre sie doch schon wieder her. Moin, Jungs. Unbedingt mehr Geld, dann kann ich meine Waffen wieder pimpen. Ich glaube, das ist hier echt nötig. So, lüssige Chemikalien. Nochmal Pumpmonie. Mist, aber ich habe jetzt ganz wenig Pistolenmonie. Scheint nicht genug Strom drauf zu sein. Aha. Scheiß, ne? Na, super. Loll, der... Das Ding schützt ihn sogar vor einem Sniper-Schutz. Schießpulver. Was haben wir hier? Nochmal ein paar Lai. 3.000er. Aber, Digga, wer versteckt denn bitte hier Geld in... In einer... Von der anderen Seite verschlossen. What the fuck? Hier können wir was reinstecken. Sieht aus, als... Sieht aus, als... Äh... Aha. Ja, klasse. Ja, klasse. Was ist mit euch? Boah, die halten schon einiges aus, die Viecher, ne? Der Mann, ich habe kaum noch Pistolenmonie. Ich muss mir jetzt echt erst mal Pistolenmonie herstellen. Mal auf den Lachs hier. So kann ich mir... Ich wette, das Vieh lebt noch. 100% lebt das Vieh noch. Der ist zwar doch so damn klar. Oh fuck. Oh shit. Oh no. Oh no. Okay, guck dir haben, was der aushält, ne? Das ist echt brutal, was der aushält. What the fuck? Immer noch... Immer noch nicht down. Ich überrascht nichts mehr. Alter Verwalter. Ich kann uns schnell mal Heilung. Gewährmonie. So, jetzt müssen wir das Ding da wahrscheinlich herstellen, ne? Ich habe nur noch 8 Kugeln, Dinger. Fuck. Äh, das dann. Nehmen wir mal hin und hier. Auf jeden Fall höre ich hier halt irgendwas schreien die ganze Zeit. Ja, du, ne? Danke. Ich setze mal da an. So. Ich brauche einen Muni, alter. Wir brauchen einen Pferdeschlüssel. Wir brauchen unbedingt einen Pferdeschlüssel, Dinger. Ich brauche Pistolenmoney erstmal. Magnum-Money. Das ist natürlich auch geil, so. Nehmen wir mal das Ding hier da in die Hand. Ein Kraut. Na ja. Das Ding ist halt schon, das Ding ist halt schon, das Ding hat sich schon ein Sekt hier, ne? Moin Jungs. Fuck. Hey, what the fuck? Oh shit, man. ... ... ... ... ... Heilung ein, ne? Ja, perfect. So, nun haben wir ihn dafür noch, 27. Weg damit! Warte, komm! Warte, komm! So, Schnauze falle jetzt hier. Ein Schädel, nein. Der hat drei Kugeln für meine Pistole, ne? Boah, ich muss unbedingt zum Duke wieder. Kann ich mir noch... Ich kann mir halt nicht mal mehr Muni herstellen. Das ist ja die Scheiße. Ich würde langsam auch gerne mal wieder speichern. Ach, du... Ja, öffnest... Ah, jetzt... Von der anderen Seite... Ganz oft. Wie viel, wie viel das denn? Ach, jetzt sind wir hier. Oder waren wir hier? Hier waren wir schon, ja. Das Zimmer ist ja hier. Kann ich da... Eine Rohrbombe dagegen werfen? Gibt's da vielleicht irgendwas cooles für uns? Blindenmoney? Mechanisches Teilzylinder. Blindenmoney, okay. Reservegenerator. Boah. Hier fehlt ein Zahnrad. Okay. Wo ist denn das Ding, das ich jetzt eben gefunden habe? Hm. Okay. Eieieieie. Ne Miene. Jeesepulver. Das funktioniert. Ne? Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh, oh. Ich glaub, hier lauert einiges auf uns, ne? Okay, dann gehen wir mal rein. Zahnradkolben Karte Fabrik Hier gibt es aber noch irgendwo was Wo gibt es denn hier noch was Ah hier Schießpulver Warte mal ich kann mir aber noch was zum Heilen herstellen Das ist auch wichtig Ne warte mal von hier bin ich gekommen Ne wo muss ich denn lang Es war so klar Es war so damn klar Bruder es war einfach so fucking klar Au scheiße Ja verpiss dich Junge Er weiß dass er da eine Schwachstelle hat Deswegen schützt er das Diggern wieder aus Boah Diggern Diggern Meine Muni Ich hab nur drei geguckt Ob man meine scheiß Pumka an alter Ich will doch einfach nur zum Duke So kann ich hier noch was an Das heißt wir müssen aber hier lang Ich glaube wir müssen hier den Weg Den Weg zurückgehen So Funktioniert werden Tja Ach du Schöner Ach du Grüne Ne 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 Bruder Sie hat mich Uns Zu ihren Kindern Hab uns in diesem Dorf Weggesperrt All die Jahre Mussten wir ihr denen Wie ist die Emstigung überhaupt vorstellend Da gehörst du Superkräfte bekommen gefühlt Ich bin nicht wie meine Geschwister Ich will frei sein Weg von der Schlampe Oha hallo Keine Pistolen Muni mehr Ich mach So viel wie nötig ist Sie zu vernichten Dies Sind die Früchte meiner Macht Die Stocken Verzilgen die Schwachen Das ist der Lauf der Welt Du hättest mich nicht abweisen sollen Ethan Und dafür auch keine Muni mehr Hier in der In heißen der Fabrik Hast du gefühlt Nie Muni Alter Die Gegner sind so stark Die halten so viel aus Jetzt kommen Die Kollegen auch noch Ich brauch unbedingt Muni Ist der RIP Kann ich mir irgendwas herstellen Digga warum kann ich mir denn die ganze Zeit Keine Muni herstellen Es ist halt echt belastend Machen wir auf den Lack Eine Mine Ja wow Die einzigste Waffe Für die ich gerade noch Muni habe Ist echt die Sniper hier Hier gibt es halt noch irgendwas Aber Ich weiß jetzt gar nicht Was ich hier machen muss Hat der irgendwo eine Schwachstelle Wahrscheinlich hat der seine Schwachstelle einfach irgendwo am Rücken Der Hund Ja Okay Aber bei ihm reicht wohl eins Okay Blenden Muni Nice Immerhin Hier ist ein Messer Ja Ey dann spare ich mir hier die Muni Jetzt gerade Fünf Schuss Für meine Oh ja ja Hier haben wir noch zwei Kugeln Digga Wenn jetzt hier ein Boss oder sowas kommt Da habe ich ein dickes Problem Schießpulver Kann wieder nicht sein Weil mir gefühlt alles noch fehlt Weil mir gefühlt alles noch fehlt Der bleibt doch mal stehen Junge Bleibt doch mal stehen Junge Okay er hat mir die Tür aufgemacht Ach du Scheiße Komm Ivan schnell Fuck Oh Scheiße Wo bin ich denn jetzt hier Oh ich bin mein glaube ich Kommt hier der Duke Ah Duke mein Freund Oh Alter Oh Digga Ja Gut Wir sehen uns in der nächsten Folge Vielen vielen Dank fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Mal Haut rein Und tschö mit Ö